Jo moin leute herzlich willkommen zum MotoGP Saison 2021 Tippspiel Heute um 14.35 Uhr mit den Qualifying Wir sind in Assen mit der MotoGP in Niederlanden Los geht's heute um 14.35 Uhr das Qualifying Erster Marc Marquez Herzlichen Glückwunsch an Marc Marquez Du stehst auf der Pole Dahinter sein Bruder Alex Marquez Dritter wird der Portugiese Michael Oliveira Und vierter Valentino Rossi So das war's vom Qualifying vom großen Preis von den Niederlanden aus Assen So wenn euch das Video gefallen hat Lasst ein Like ab Vergesst kein Obo Dann eben jetzt die Glocke Die Glocke die nicht vergessen zu aktivieren Und wir sehen uns Ciao Auf Wiedersehen 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 Untertitelung des ZDF, 2020